Grüß euch, mein Name ist Schrems Georg, ich bin seit ca. 1,5 Jahren bei der Firma Kove im Vertrieb tätig. Den digitalen Kaufberater haben wir seit November vorigen Jahres im Einsatz und sind sehr zufrieden. Unsere Kunden sind sehr begeistert von den Vorteilen einer 3D-Ansicht. Der Kunde kommt zu uns und weiß im Endeffekt, was er kauft. Die Preisverhandlungen sind seit dem digitalen Kaufberater weniger geworden, speziell bei höherpreisigen Produkten wie La Maxa oder auch Markisen. Mein Name ist Robert Kobancic, ich bin Geschäftsführer der Kove Fenstertür und Sonnenschutz GmbH. Der digitale Kaufberater wurde innerhalb von kürzester Zeit auf unsere Homepage-Nachauern integriert. In nur wenigen Minuten hatten wir die erste Anfrage. Wir hatten zuerst gedacht, das ist ein Testkunde, aber es war tatsächlich nach fünf Minuten die erste Interessent bei uns. Wenn wir eine Anfrage über den digitalen Kaufberater bekommen, kommt ein Mail in den zentralen Posteingang mit einem Link versehen. Wir klicken drauf, wechseln sofort in das MyWarema Kundenportal und können dabei sofort die Konfiguration des Endkundens sehen und auch weiterbehalten. Ich würde auf alle Fälle den digitalen Kaufberater empfehlen. Er ist echt einfach zum Bedienen. Wir kriegen jede Menge Adressen und wir brauchen nicht viel machen. Wir kriegen sofort das Angebot, das was wir der Kunde weitergeben können und gibt schnelle Aufträge. Mein Name ist Markus Bosamer. Ich bin der Geschäftsführer von der Firma Lamello Group in Ansitzig in Willig. Das Unternehmen gibt es seit ca. 20 Jahren und mit wachsendem Erfolg können wir den Sonnenschutzbereich abdecken. Wir waren natürlich erstmal so ein bisschen bei manchen Dingen skeptisch, wo wir gesagt haben, wie weit hat der Kunde dann eventuell schrecken wir ihn ab oder wie auch immer. Ja, der Herr von Meister 1 hat uns da wirklich sehr, sehr gut abgeholt und danach war wirklich so Furcht nach dem Gespräch haben wir gesagt, okay, wir sind dabei. Also das war wirklich, hat uns sehr stark geholfen oder mir persönlich, um letztendlich nach zu sagen, okay, wir wollen es. Und seitdem sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil es wirklich für uns ganz klar nur Erfolge zeigt. Wir sind das, ich sag mal, in einem Stundengespräch letztendlich sind wir durchgegangen durch die einzelnen Punkte und dann lief das schon. Mein Name ist Daniel Kurzbach. Ich bin der Inhaber von Kurzbach Sonnenschutz. Wir sind aktuell 17 Leute, machen in Sonnenschutz innen und außen, sind im Objekt- und Privatkundenbereich unterwegs und rein auf Sonnenschutz spezialisiert. Die Vorteile für uns als Fachbetrieb sind, dass der Kunde seinen Preis hat für seine Konfiguration. Dadurch sind die Kunden, die man dann in der tatsächlichen Beratung hat, auch ernsthaft interessiert und ernsthafte Kunden. Und man opfert keine Arbeitszeit für Kunden, die am Ende wegbrechen. Und wir können die Konfiguration des Preises im Vorfeld beeinflussen, indem wir dies in dem digitalen Kaufberater einstellen, wie unsere Margen und Aufschläge aussehen. Den digitalen Kaufberater würde ich immer empfehlen, da man den Kunden direkt auf seiner Webseite ja schon abholt. Ich würde ihn unbedingt empfehlen und weiterempfehlen. Man ist viel schneller, man hat mehr Abschlüsse. Der digitale Kaufberater läuft perfekt. Ohne Beanstandung kommen wir sehr, sehr gut damit zurecht.